Freunde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich Gillette Abdi nicht gefeiert habe. Als ich mit meinen Videos 2012-13 angefangen habe, habe ich Step-by-Step auch mit Gillette Abdi angefangen. Und soweit ich mich auch gut erinnere, habe ich ein Video über ihn gemacht, 2015-14 war das. Und er hat sogar unter meinem Video kommentiert. Das war aber etliche Jahre her. Und jetzt bekomme ich eine Nachricht, dass er gestorben ist. Und jetzt, ich bin ganz ehrlich zu euch Freunde, es ist eine Nachricht, die ich nicht verstehe und er war so alt wie ich circa. Und er ist jetzt tot. Gillette Abdi hat mit seiner eigenen Art und Weise, ja, mit ich rasier dich, ja, und sehr zum Lachen gebracht. Soweit ich das gelesen habe, war das... Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020